Hallo, ich möchte hier ein bisschen die Intuition klar machen, wie das Pumping Glamour funktioniert. Eigentlich kann man mit dem Pumping Glamour zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist, also ein ganz wichtiger Punkt. Wenn L regulär, dann ist die Sprache pumpbar. Und das heißt auch, dass wenn sie nicht pumpbar ist, dann ist L nicht regulär. Also das heißt, es kann auch der Fall eintreten, dass die Sprache pumpbar ist und nicht regulär. Darüber macht das hier keine Aussage. Aber ich weiß halt, wenn sie regulär ist, dann ist sie pumpbar. Und wenn sie nicht pumpbar ist, dann ist sie nicht regulär. Aber hier, um die Intuition klar zu machen, zeige ich mal die Eigenschaft der Pumpbarkeit an einer regulären Sprache. Und zwar denotiere ich die durch den folgenden Ausdruck. A, B-Stern, C, D-Stern. Und ich erstelle hier mal den Automaten in dafür. Ich habe hier den Startzustand. Dann will ich hier einen Übergang machen mit einem A. Dann kann ich an der Stelle beliebig viele Bs lesen. Dann kann ich ein C lesen. Und hier in Q2, hier kann ich noch beliebig viele Ds lesen. Aber das ist dann hier auch der Endzustand. So, und das heißt, oder anders gesagt, in dem Pumping Lemma spielt das n eine wichtige Rolle. Und n ist eigentlich irgendeine Zahl. Aber ich finde, dass man sich das hier gut vorstellen kann, indem man annimmt, n ist sowas wie die Anzahl der Zustände. Also, ich nehme jetzt mal beispielhaft an, n wäre jetzt 3. Also, und das n jeder Anzahl der Zustände entspricht, weil ich finde, dass man das so sehr anschaulich erklären kann, wie es mit dem n funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort AC nehme, dann ist dieses Wort, wie schreibe ich das hier, wenn das mein Wort x ist, dann hat das jetzt die Länge 2. Das heißt, die Länge ist kleiner als dieses n. Und wenn ich mir das jetzt im Automaten angucke, um das Wort zu lesen, muss ich hier einen Übergang machen und noch einen Übergang machen, um im Endzustand zu landen. Aber ich muss noch keine Schleifen durchlaufen. Wenn ich aber ein Wort habe, was gleich der Länge 3 ist oder größer als 3, jetzt nehme ich mal ABC. Das hat jetzt die Länge 3. Dann, weil der Automat jetzt nur 3 Zustände enthält und das Wort hier 3 Zeichen lang ist, heißt das, wenn das Wort akzeptiert werden soll, muss ich irgendwo durch eine Schleife gehen. Und das ist halt der Fall für alle Wörter, wenn die Wortlänge größer oder gleich n ist. Oder hier ein anderes Beispiel. Ich kann hier auch ACD haben. Dann ist die Wortlänge hier auch 3. Und dann kann ich hier die beiden Übergänge machen, muss aber noch das D lesen. Das heißt, in dem Fall muss ich dann halt diese Schleife hier durchlaufen. So, jetzt kann ich irgendein Wort nehmen, was größer oder gleich n ist. Ich nehme mal ein längeres, damit man das besser sehen kann. A, B, B, C, D, D. So, das hat jetzt die Länge 6. 6 ist größer als 3. Und das Pumping-Nämmer sagt jetzt, wenn ich ein Wort habe, das der Teil der Sprache ist, also x soll ein Element der Sprache sein und x soll die Länge größer als n haben, dann gibt es eine Aufteilung. Also dann kann ich dieses Wort in verschiedene Teile aufteilen, und zwar in U, V und W. Wo, dass der V-Anteil, den ich nachher pumpen möchte, der muss größer gleich 1 sein. Und was die Bedingungen noch sagen, ist, wenn ich hier, dass hier die Länge von U und V zusammen kleiner gleich n ist. Und das Pumping-Nämmer sagt, es gibt eine Aufteilung. Das heißt, es muss nicht für alle Aufteilungen gelten. So, wozu diese Bedingungen hier halt gut sind. Zum Beispiel, wenn ich diesen Teil, den ich pumpen möchte, den könnte ich auch auf 0 setzen, und dann hätte ich da nur y drin, und das kann ich ja sowieso immer pumpen, und das sagt ja überhaupt nichts aus. Und hier die Länge von U und V, die kleiner als gleich n sein muss. Das heißt halt, wenn ich hier ein Wort habe der Länge 3, ich habe hier gesagt, wenn ich ein Wort habe der Länge 3, dann muss ich, wenn das Wort von dem Automaten akzeptiert wird, dann muss ich schon irgendwo durch eine Schleife gegangen sein. Das habe ich hier bei diesen beiden gezeigt. Das heißt, diesen ersten Teil von U und V, wenn der schon die Größe von 3 hat, oder von dem n, dann muss ich da schon durch eine Schleife gelaufen sein. Deswegen brauche ich mir das W eigentlich nicht weiter angucken. Also ich kann dann halt hier in diesem Beispiel den Fall haben, dass ich ein Wort habe, wo dann das B in dem pumpbaren Teil liegt, oder wenn ich hier keine Bs, sondern nur Ds drin habe. Also hier kann ich hier zeigen, jedes hat zum Beispiel die Länge 3. Das heißt, ich könnte sagen, A ist V, äh, nee, A ist U, B ist V und C ist W. Und dann liegt halt dieser pumpbare Teil schon in den ersten zwei Zeichen und das ist dann halt dieses B. Oder halt, wenn ich die erste Schleife nicht durchlaufen habe, dann kann es auch sein, dass ich als U dann A und C habe und dann D als V und W darf dann auch leer sein. Aber das heißt, eins von diesen drei Zeichen, wenn jetzt das Wort die Länge 3 hat und mein n wäre jetzt beispielhaft 3, eins von diesen drei Zeichen muss dann halt schon der pumpbare Teil sein, weil halt das Wort schon größer ist, als die größere oder gleiche von diesem n ist. So, ich zeige das jetzt hier mal an einem Beispiel. Ich kann ja hier sagen, äh, ich kann ja jetzt hier annehmen, dass der U-Teil, also U und V soll kleiner gleich meinem n sein. Das heißt, das wäre hier, da kann ich mal farbig machen, ich habe ja hier, wenn ich annehme, dass es 3 ist und mein U und mein V sollen kleiner als n sein, kleiner gleich n, das heißt, die würden dann hier sein. Hier in dem Bereich muss irgendein pumpbare Teil liegen. Ja, und jetzt kann ich mir das eigentlich aussuchen. Ich kann entweder aussuchen hier zum Beispiel, U ist jetzt AB und V ist jetzt B. Ich könnte aber auch genauso gut sagen, U ist nur das A und V ist B und B. Und W ist dann irgendwie der Rest von dem Wort. Und jetzt sagt das Pumping-Glamour, dass ich die Wörter so aufschreiben kann, dass ich das V beliebig aufpumpen kann und dass das Wort in der Sprache bleibt. Also, ich nehme jetzt hier irgendein U, V hoch I und W und das soll dann halt noch in der Sprache sein. Und das I ist natürlich auch eine Zahl größer gleich 0. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich kann mal sagen, zum Beispiel wenn I 2 ist, dann würde ich halt diesen V-Teil zweimal aufschreiben. Dann habe ich hier halt U und zweimal den V-Teil. Das hier ist jetzt in dem Fall der U-Teil. Das soll jetzt mein V-Teil sein, muss ich jetzt zweimal aufschreiben, weil ich das I halt zweimal wiederhole. Und dann habe ich hier meinen W-Teil, der dann einfach so da bleibt, wie er ist. So, das ist ein bisschen zu der Intuition, wie das funktioniert. Eigentlich wählt man halt, wie gesagt, kein konkretes N. Ich habe das hier halt nur gemacht, um mal zu veranschaulichen, wie das funktioniert.